Hojo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit einer neuen Folge von Lies of P. Ja, wir sind schon, wir glauben, wir sind schon fast am Ende des Passions. Ich hoffe es mal. Wie ist der weitergeteffert hier jetzt? Und mal schauen, ob ich es überhaupt schaffe, gegen solche Leute aufzunehmen. Einfach mal gucken. Wir hören uns gleich wieder. Oh, sorry. Ich hab's erledigt. Man hat das nicht gesehen. Scheiße. Fuck. Ich hab vergessen, auf P zu drücken. Mann. Scheiße. Da war Werbung fest, deswegen konnte es nicht gehen. Okay, dann komm ich, ich komm gleich wieder. So, erstmal geh ich kratzen. Ne, erstmal hole ich mal die Münzen. So, was gibt's denn hier zu sehen? Oh, erstmal geh ich zu Vater. Äh... Oh, der Vater ist ja weg. Stimmt, ja. T-Organ aktivieren. Okay. Okay. Da kommt, äh... Gewissensschlaf rein. Automatisch laden. Ja, ist gut. So, jetzt. Was hat er, was hat er, was hat er Schönes. Noch was Schönes. Hm, das nehme ich ja mit. Das hat er schön. Ich komme gleich. So, hab jetzt mich aufgerüstet und ich hab was bekommen. Dann muss ich bei wenige gehen. Ich kann... Okay, die Nini, die Puppets... Kliczys... Ich habe das beste... Karlo, ich hoffe, dass du mich hörst. Ich kann es nicht mehr aufgerüstet. Du musst ihn, Kampagno. Du und... Ja, der hat zwar die Puppe gemacht, aber... Er konnte ja nicht wissen. Es gibt ja auch Scheißmenschen, die den Puppe verböst. Verböst. Wo findet man das? Ah. Ich weiß wo. Ich weiß wo. Hm? Noch mal bei ihm? Mach ich von Puppenkönig? Carlo? Ich hoffe, dass du mich hörst. Ich bin Romeo. Wir haben zusammengekriegt. Du spürst eine Wärme. Wo ist denn der? Ach hier. Ich weiß wo das ist. So, weiter geht's. Äh, hier. Gefallen dann. Oh, du bist hier. Siehst du? Ich habe dir gesagt. Keine Ahnung von Alodoro. Mein nächster Schritt ist der Relikt von Tristan. Ich bin gespannt, warum er da zurückgeht. Hm. Vielleicht... Ich versuche, dass... Attribut-Ampule. Okay, da muss man echt aufpassen. Scheiße. Ja, fick dich. Siehst du? Ich bin gerade. Ende. Ich bin gerade. Ihr seid dabei. Oh, genau. Ich bin gerade. Ich bin gerade. Noch eins gefunden. Was gibt es denn hier nicht noch Schönes zu sehen? Oh, der ist schon mal tot. Ja, gibt es nichts zu sehen. Nur ein Weg. Okay, was ist denn da zu sehen? Ah. Okay. Stehe. Okay. What if I see? Oh no! Oh no! Alpmonstein. Ich hab so Angst, dass das... ...was es runterfällt. Oh, dieser Mischstück. Lass mich! Oh, sie lässt mich nicht durch. Endlich. Was ist da drin? Ein Quarz. Geil. Okay. Okay. Ein Ketter. Okay. Ja, komm. Ah, das ist eine bestimmte Entfernung. Ah, fick dich doch einfach ins Knie, ganz herrlich. Ach, nicht der. 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 Das muss ich dann nachbauen. Ach, nicht der. 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 Na, fick dich doch. Nein, fick dich, fick dich. Fick dich! Geschafft, Leute. Ich lasse die Schrift des Schmetterlings hier. Vergiss nicht, dass du bist ein Mensch. Es ist jetzt an der Zeit, der Schnur zu entkommen. Und ein Quarz. Äh, Kostüm. Hm, sieht geil aus. Okay, bin gleich wieder da. So, ich bin jetzt da. Ich geh jetzt mal zu Wenigi. Achso, ne, stimmt. Ja, sorry. So, ich hab ein bisschen dieses Musik gehört. Und, äh, Pinocchio spürt halt ein bisschen Wärme. Aber, wir verwandeln uns langsam zum Menschen. Okay, da sind wir jetzt fertig. Okay. Weiter zur Hauptmission. Da sind wir gekommen. Wir gehen jetzt da lang. Wir gehen jetzt da lang. Und, äh, Kostüm. 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 Und, äh. Okay. Ja, ich will ihn nicht angreifen, oder sowas. Scheiß drauf. Wenige Sammlung. Hm. Verstehe. Geh ich mal zurück. Nein, ich wollte... Da wollte ich nicht. So, weiter geht's. Äh, äh. Und das Haus. Ah, Master Vanini. Das Haus von Vanini. So, weiter. So, weiter. So, ne, ich greife nicht an, weil der hat wenigstens die Wahrheit gesagt. Okay, wo muss ich, wo muss ich denn jetzt hin? Okay, wo muss ich, wo muss ich denn jetzt hin? It was a total attack. The Black Rabbit Brotherhood, the Fox, the cat, and Alodoro too. I don't even want to guess what they might be planning, pal. This way must lead to their headquarters, shall we? Hey, schau! Look, that lever resembles. Yes, it seems we can use it to call a submarine. Let's see what's going on. Let's see what's going on. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. What the...? Hey, it's... Sophia! I am finally meeting you here. You're a clever one, so it shouldn't surprise you that the Sophia at the... I became his tool. The long truth is, I felt guilty about that. But I was... My spirit... And my body... Have lived apart for two years. I'll grant you my power before... If you find my body... After images... I can't hold out. I am the dog. Ambition... Why would he do? Stop him. The petrification... When I was to Simon... I wound back... So stop. I can't... Egal. Wo's ich denn hin? Wo has this time to—? Wo's ich denn mit? I know. Hm-hm. What's that? Oh mein Vater ist da. 10, 20. So, nimm. Ihr Nomi ist ziemlich bis zu. Wolli, warum nicht die Lampfer? Das Name ist Ruhmiel. Hi, bist du ein Stalker, auch? Ich bin Lampfer. Er hat sogar nicht gehört, wenn er an der Graduation kam. Ich weiß nicht, dass alle Menschen wie das... Ich sage das nicht! Es ist schön, dass du... Let's start talking about this! Sie ist hier! Grab her! Geschichte von den Jungen. Da ist noch was. Du spürst eine Wärme. Oh, scheiße. Muss ich jetzt gegen die alle kämpfen oder was? So lange verstehe ich das jetzt, okay. Komm, schießt auf ihn. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Komm, schießt auf ihn. Oh, scheiße. Komm schon, komm schon. Oh, scheiße. Wo seid ihr denn? Schießt auf ihn? Schießt auf ihn. Warum schießen die nicht mehr? Oh, scheiße. Schießt, Leute. Okay. Leute, ihr wisst ihr was? Ich bin gleich wieder da. Ich räume erstmal kurz auf. So, Leute. Ich hab da wohnt. Ich hab... Ich hab... Unten hab ich aufgeräumt. Ich hab da wohnt. Ich hab da jetzt aufgeräumt. Ich hab da geholt. Ich hab da, was ab. So, der nächste ist hier So, der nächste ist hier Oh, kaputt machen, nein, oder? Ich denke mal nicht Ich denke mal, wir sind fast das Ende des Spiels Das ist schon mal nicht schlecht So Ich glaube, ich muss meine Schleifstein wechseln Aber ich habe ja schon Feuer Ach man, nein So, ich probiere mein Glück Oh, benutze doch diesen scheiß Trick Nein Oh, geil Mann, ich bin zu langsam Warum bin ich zu langsam? Oh, das reicht mir Oh, ho Okay, ich wechsle meine Waffe Oh, okay Oh, okay Oh, okay Oh, okay Scheiße Scheiße Ach man Warum geht der immer weg Oh, okay Ich bin der Weißt. Ich bin der Weißt. Gehen! Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.